Weiter geht's, der Super Mario World, und wir werden doch nochmal in die Grube hinein. Safe State. Ich sage, Safe State ist nur für den Fall, dass es abstürzt. Das wird man ja wohl verzeihen. Und schon kam die YouTube-Abonnent mit ihren Spaten auf mich zu. Spaten, weil Mistgaben zum Mainstream sind. Hast du jetzt nicht auch, wenn jemand den Rhythmus der Musik total dick aneinanderbringt, indem er die ganze Zeit redet oder irgendeinen Scheißmannsicht gibt und macht? Ja, das ist LTF. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal zu erwarten, dass ich hier alles abwehren könnte. Hier übrigens, wenn ihr den hoch genug springen würdet, dann könnt ihr dann nämlich mit dem Drehsprung, mit dem Cape, so gut wie alle Münzen auf einmal rauszuholen. Das ist natürlich um einiges simpler. Müssen wir aufpassen, dann würde ich gleich anfangen zu zappeln und wieder raus wollen. Oh Gott, ich bin erschrocken. Ich sag's doch auch noch. Aber wieso hat er nicht gezappelt? Oh, heilige Scheiße. War natürlich Absicht. Ich würd's ja, dass ich mein Cape sofort zurückbekomme. Ich wollte nur so tun, als würde ich mich erschrecken. Versteht sich doch. Wenn ihr was zu lachen habt. Hey, glaub ich mir fast selbst. Rona. Rona, Rona, du Riesen. Du weißt, wie das aussieht. Ihr wisst, wie das aussieht. Mua, mua, mua. Ich will mehr Yoshi-Münzen. Ich hätte sowieso mit nichts bezahlt. Also wäre Yoshi-Münzen noch das Wenigste, was ich erwarten dürfte. Äh, lol. Lol. Uah. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wie viele von euch kommen da eigentlich? Momentan kommt keiner, weil wir alle einsam sind. Und, äh, yeah. Verstehe. Da ist die Nummer vier. Nicht überraschen lassen, denn das Ding zerquetscht auf keiner Decke. Genauso wie Sonic sagt Mario gegen das Zermalmt-Werden anwenden. Nicht immun. Warum? Warum? Wow. Nein. Mein Leben. Ich hätte da wahrscheinlich hoch genug springen können. So was Elendiges. Elende Kacke. Nein, nein, nein. Aber wenigstens haben wir es durch. Auch wenn ich kein Leben bekommen habe. Yay. Ich kann aber zum Titel bitte schon kommen. Ich denke, wir haben jetzt so ungefähr 10%. Endes Prozent, obwohl es ja die Stages sind. Das spielt ja 100 Levels oder so. Levels. Oh, na, 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 rupsi. Gut, hier gibt es noch ein Secret Exit. Ich weiß gar nicht, ob das angezeigt wird. Aber dafür brauchen wir ein Cape. Ich muss mal gucken, dass ich mal schnell eins besorge. Ich besorge mir eins. Ja, 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 ja. Nicht lustig. Wach, wach, wach. Ich stehe dich an. Wach, wach, wach. Ey, solche feigen Geister. P-Switch. Wieso denn hier ist P-Switch? Es ist ein P-Schalter. So, mal sehen, ob ich das hier hinbekomme. Ja, läuft doch gut. Nein, es ist ausgelaufen. Aber wenigstens kann ich ein paar Münzen einsammeln. Wenn es mir ein Leben reicht, bin ich schon glücklich. Sehr schön. Thank you very much. Thank you very, me gusta. Nope. Das ist wieder P-Switch. Gehen wir hin und gehen hier rein. Nochmal. Und jetzt müsste da Kletterpflanzler sein. Ja, dieses Rest wieder gibt Sinn. Das ist so fies mit zwei selben Räumen. Wenn ich irgendwann mal ein Epic Game weggegeben mache, mache ich das auch. Aber zwei Räume hintereinandersetzen, die genau gleich aussehen. Und man wird denken, hä, bin ich bescheuert? Nein, man wird nur getäuscht. So, wir brauchen ein Cape. Oh mein Gott, ich habe den halben Kontinent zerstört. Und ein Geheimlevel ist bekannt. Seht ihr das unten? Ein Wasserlevel ist zu sehen. Donut Plains Dry. Ich hoffe, ich kriege schon ein Cape, denn dieses Level ist echt misch. Vielleicht habe ich hier abstand. Hm, juhu! Wee! Wee! Okay, das hat schon mal gereicht. Jetzt habe ich wieder genug ansprungen. Und... Jippie! Ist das schwach, weil ich das überfliege? Nein! Weil ich es kann! Weil ich es kann! Weil ich es kann! Ich kann es immer noch! Wow! Nein! Nein! Mein Leben ist sinnlos! Darf ich an dieser Stelle, mein Gott! Oh mein Gott! Nein, verschwinde! Du hast kein Tag zu diesem Stück! Oh Mann! Raus! Mein Gott! Oh, habe ich ein Déjà-vu? Ja, wahrscheinlich ist das eben gar nicht echt passiert. Also machen wir es nochmal. Woohoo! Woohoo! Ich gewinne sogar an Höhe. Ich wusste gar nicht, dass man an Höhe gewinnen kann mit dem Cape. Ich dachte, es geht immer noch weiter abwärts. Woohoo! 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 Immer noch Woohoo! Oh, ich kann es ja so geil! Und hier ist hoffentlich kein Abgrund! Nein! Das wäre jetzt echt ätzend gewesen! Bam! Oh ja! Ich habe es geschafft! Hahaha! Gleich beim ersten Versuch! Yeah! Woohoo! Ich mach dich gleich aus! Verschwinde! Woohoo! Woohoo! Haha! So, jetzt gehen wir ins nächste Level. Und das könnten wir überfliegen. Ich glaube, das versuche ich auch direkt mal. Juhu! Juhu! Aber ich glaube, danach höre ich damit auf. Weil sonst werde ich mir bestimmt den einen oder anderen... Wow! Okay! Hat gar nicht geklappt! Ne, nehm den! Und den! Und das! Und dies und dies! Nein! Kein Leben! No lifeception! So, zack! Und zack! So, zack! Also ehrlich, ich kann höchstens zwei oder drei Level im Spiel überspringen, weil für alle anderen bin ich einfach zu blöd für! Wampf! Nomnomnomnomnomnom! Ich dachte eigentlich, jetzt wären wir irgendwie durch die Gehen geschossen! Ich schaffe es nicht! Eigentlich wollte ich versuchen, ein Leben zu kriegen, aber nö! Wollte natürlich gar nicht gehen! Absturz! 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 Einfach nur, weil ich es kann und liebe, kleine Schildkröten zu quälen! Wuuu! Jeehaaa! Ich dachte echt, ich werde jetzt in den Abgrund geschossen! Nein! Oh mein Gott, sie haben sich gegenseitig den Schädel zerbröselt! Das ergibt Sinn! Scheiße, jetzt soll ich auf Mario 64! Hab dich! Aber ihr müsst jetzt auch mal mit Tastatur spielen! Das ist total lustig! Wuuu! Und abwärts und hoch! Und abwärts und hoch! Und abwärts und hoch! Das ist mit zu gefährlich! Also machen wir das! Oh, ich bin so gut! Ey cool, 40! Zweit höchster Stand, glaube ich! Jetzt kann ich nochmal ein Bonus Level! Jedes Leben, das ich jetzt kriege, werde ich meiner Freundin ins Gesicht hauen! Einfach weil sie ins Spiel reinspricht, obwohl sie nicht eingeladen ist! Zack! 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 Ich hasse dich, du Pilz! Ich hasse dich! Oh nein! Es sind Pilze! Aua! Aua! Kommt rein! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Kommt der letzte! Oh, ich habe sie alle reingekriegt! Hey, das war Mario nicht ich! Guckt mal! Er freut sich! So, jetzt könnten wir das Level machen, aber ich will jetzt erstmal die Geheimgänge hier holen! Dafür brauche ich immer noch ein Cape, das ich nicht habe! Aber hier kriegen wir ein Cape! Capeception! Knopp! Und! Bam! Kann ich es nicht? Doch, ich kann mit dem Kid dann einfach rausgehen! So, dann gehen wir wieder zurück! Machen wir das hier zuerst! Das war's schon! Where is my exit? Where is my exit? What the fuck where is my exit? Oh nein! Wir sind Leben versteckt! Aber weißt du was, die sind mir gar nicht so wichtig! Ha! Ha! Ja! Das war das nächste Level, was ich mir für die 100% geholt hab! Yeah! Geht ja gut voran! Ja gut, ich bin auch jetzt bei 2 und kann jetzt nur große Töne spucken! Ich zeig euch das mal! Continue and save! Hier sind immer Blumen! Hier sind immer Capes! Nehm ich auch doppelt mit! Und hier ist every time a fucking Yoshi! Den ich da lasse! Ihr könnt jetzt auch den holen und immer wieder reingehen und immer wieder ein Leben abräumen, aber... Brauch ich nicht! Hab ich nicht nötig! Ich bin zu gut! Marry is nice! Sollen wir nochmal ein Level rüberfliegen? Wuiiii! Weil das worauf ich scharf bin, das ist am Ende des Levels! Boah! Das hat nicht funktioniert! Ich hoffe ich lande auf... Boden! Komm schon! Komm runter! Yippie! Nein! Ey! Wollen wir doch alle verarschen hier! So kommt jetzt nochmal was! Nein! Komm ich wieder hoch! Ja! Danke! Tschüss! Ich hätte vielleicht den Midway Point nehmen sollen! Wow! Das war... Verkackt! Oh my god! Das ist a phonging Yoshi! Und aufwärts! Ja, Yoshi! Ich habe dich geopfert, um eine deiner Münzen zu kriegen, was ich absolut sinnvoll halte! Für absolut sinnvoll halte! Sinnvoll halte passt alleine nicht richtig! Und aufwärts! Yippie! Und... Bum! Secret Level ist offen! Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir für 100% das einmal richtig beenden und einmal den Special Ausgang nehmen müssen! Ich werde aber einfach mal beides machen... ...müssen! Dööö hüü! Dies ist sich langsam! Ich hasse.. Die Wasser Level weil sie SO langsam sind! Oh Gott! Ich komme mir sowieso so überhaupt nicht vorwärts! Aber die Vollblume gefällt mir schon mal und auch mal eigentlich obedience ist besser als das Cape hier unten! keine case ich liebe diese fische ich kenne jemanden der geradezu hätte das verstehen wird und ich preise euch weg dann liegen körper hier im dreck scheiß fische mann ich hasse diese fische ich esse nie wieder fischstäbchen aha perfekt nochmal da müssen wir nämlich drunter weh du bringst mich um das ist mein schlaßgang so das hätten wir auch das mache ich auch gleich für mich noch mal kurz wieder auffreschen ja das ist ziemlich lehmo aber geht noch mal nicht anders da wollte ich gar nicht rein ich wollte hier oben rein mal kurz das gehört zum spiel es ist kein schild also wird es mir wirklich die feuerblumen verkürzt egal normal ein top secret area und zack und zack so und jetzt kann auch mal das wasser level rein ich würde ja fragen ob ich das sein lassen soll dieses level dazu verwenden aber nö frage ich nicht bämmo headshot bämmo nix shot du 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 und ich one shot sage dann geht es schon wieder in die hentai richtung dauer hoch wenn ihr wisst was one shot bedeutet in der hentai ge im hentai bereich mua 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 hör auf da nicht rein zu reden nein hör auf damit es nervt wirklich so jetzt weiß ich nicht mehr wo ich war so egal das hat mich voll aus dem takt gebracht und eigentlich für keine antwort darauf und diesmal warte ich hier bevor ich hier um rennen wir können die pain switch auch benutzen um den einmal um den da weg zu ballern um ein bisschen tempo zu machen und auch hier vorbei du 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 nein ich glaube ich gehe lieber oben lang jetzt müssen an der einen stelle ging das eben ist aber gesehen an der an dem rand äh kommschon 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 aha aber ich mitgenommen kriege ohne leben wenn es denn wieder runter kommt wo ist mein leben menno so der weg ist auch fertig ich denke immer noch das spukhaus und dann ab dafür ich weiß jetzt aber gar nicht ob ich hier auch ein special ausgaben nehmen müssen oder ob das der richtige weg ist wow du 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 oh ja ich bin tot den rest meines daseins möchte ich sagen leben passt ja nicht mehr werde ich nur noch im kreis fliegen weil das so absolut sinnvoll ist wo wo du 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 duuhu du 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 Khmer ich glaube ich besser über das this bad words werepend facultade oden um den großen geist zu überspringen freierblume feuerblume oh Nein dieser buhu er wird mich vernichten dachte er zumindest eh beendes irgendwie sehen die für mich alle aus wie kleine slime ich kann mir erzählen was Ihr gì Es gab hier einen Secret-Exit Und zwar nicht nur diese Tür Sondern da oben Das ist so mies Ey, drei Secret-Wege Na hopp, man Oh, oh kacke All die, die Kaiser-Mario gespielt haben Werden zwar jetzt lachen, aber für mich ist das hier nicht witzig Arrivederci, Mr. Ghost Oh mein Gott, ich glaube, ich hätte mich jetzt fast selbst gekillt Continue und save Da könnten wir jetzt das erste Sternen-Level machen Das seht ihr hier Allerdings mache ich die am Ende alle hintereinander weg Wenn ich ein bisschen geübter darin bin Ähm, ach komm, ich mache noch schnell dieses Level Nochmal richtig beenden Schnell, schnell, schnell Nur für Klicks, ist es nicht gekillt Und wusch Und wusch Und wusch Nein, da funktioniert der Drehsprung nicht Das war auch nicht klug Boah, reicht aber noch Was ist hier hinten irgendwas? Nö Wird natürlich nicht mit rübergenommen Woo Mente, 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 Mente Ihr solltet nicht alles für bare Münze nehmen Oh Gott, war der schlecht Woo So, welcher von denen ist jetzt der normale Ausgang? Ist das der hier? Nö Das ist nur ein Geldmachtding Gut, dann müssen wir doch den rechten Weg nehmen Aber hier hoch Aber rechts, die zu einfach ist Sehr schön, der normale Ausgang No, mir fehlen vier Sterne Okay, was ist hier hinter? Haben wir nur ein Level? Okay, dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder Donut Secret 2 Ja, das gehört noch zum Donut Level Bis gleich Bye 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 Vielen Dank.